Nachdenkseiten Die kritische Website Das Volkes Bundespräsident weilt an der Ostflanke Ein Artikel von Frank Blenz Frank-Walter Steinmeier, unser Bundespräsident, gehört zu der gerade angesagten Spezies von Persönlichkeiten, die in der gegenwärtig heftig tobenden politischen Krise Europas dafür sorgt, dass die politische Anspannung ansteigt, anstatt eine längst überlebensnotwendige Entspannungspolitik zu beginnen und zu forcieren. Gerade weilt der Bundespräsident im Osten des europäischen Kontinentes und besucht die Truppe, was bei der Tagesschau Jubel auslöste. Man reibt sich die Augen angesichts der Schlagzeilen und Worte, die wie Phrasen aus Werbekampagnen klingen. Getrommelt wird für eine Ostflanke, für die Akzeptanz des Militärischen bis hinein in die Gesellschaft, konkret bis hinein in das ganze Volk. Doch es stellen sich Fragen, ob das Volk das alles will. Hat der deutsche Bundespräsident sich in den vergangenen Wochen und Monaten einmal umgehört, umgesehen, eingelesen? Hat er das Volk gefragt, ehrliche Experten, Umfragen gelesen und danach notwendige Schlussfolgerungen gezogen? Seinen Worten, seinen Terminen und den Widerspiegelungen der staatsfernen Medien nach nicht. Denn dann hätte Steinmeier ganz andere Schlussfolgerungen zu ziehen. Ein Foto, das irritiert Die Lesevariante auf der Internetseite der ARD-Tagesschau-Reportage Steinmeiers klares Zeichen zur Ostflanke, zu des Präsidentenreise nach Litauen, schmückt zum Auftakt ein Foto. Präsident Steinmeier schaut einem Militärangehörigen ganz in seiner jovialen Art warmherzig-leger in die Augen. Tatsächlich ebenso guckt auch des Soldaten sorgenvolle, mitfühlende Frau ihren Ehemann an. Einem wird ganz warm in der Bauchgegend bei dem Anblick und dem Das wird schon alles gut getue. Der Leser erfährt vom Alltag der Familie des Bundeswehrangehörigen, der in Litauen bei der NATO stationiert ist. Das Ganze ist nicht leicht. Früher wurde die Freiheit am Hindukusch verteidigt, nun also in den baltischen Staaten. Steinmeier findet das klasse, man sieht es ihm an. Der Präsident zollt mit seinem Besuch den Soldaten Respekt, betont er. Und Steinmeier bekennt sich klar zur Ostflanke, jubeln die Autorinnen. Aufgeschrieben haben die Story gleich zwei Frauen, die für lauter Zackigkeit und Hingabe tatsächlich keinen Millimeter von ihrem Gleichschritt ihrer Faszination für Steinmeier, für die NATO, für deren fortwährende Erweiterung, wohin final eigentlich, und für den Plan, unser Land endlich fit für die neuen Zeiten zu machen, weichen. Im Untertext hört es sich an wie »Wir können jetzt wieder Stärke und Führung zeigen«, meint wohl vor allem Militärische, nicht wahr? Bei der Pressekonferenz redet folgerichtig Steinmeier im Ton des Neuen »Wir sind wieder wir« Machtgefühls. Zitat. »Gemeinsam werden wir jeden Quadratzentimeter des NATO-Bündnisgebietes verteidigen«, so der Bundespräsident bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda. Zitat Ende. Die Presse erfährt von Steinmeier weiter, dass die NATO, also unser gemeinsames militärisches Wertewestenbündnis, im Osten nicht eine, sondern mehrere schnelle Eingreiftruppen plant. Bis 2026, bis zu 5000 Mann pro Einheit. Und wenn der Bundespräsident schon mal vor Ort ist, obwohl der Feind zwar ziemlich nah scheint, aber was soll's, geht es zackig ins Feldlager. Zitat. Gemeinsam reisen der Litauische und der deutsche Präsident ins Feldlager Paprade zu einem Gefechtstraining. 50 Kilometer sind es bis zur Grenze von Belarus, dem Verbündeten Russlands. Die Soldatinnen und Soldaten üben für den Ernstfall, sind aber auch zur Abschreckung da, damit der gar nicht erst eintritt. Zitat Ende. Friedliche Zeiten sind anders. Wir schreiben das Jahr 2023. Es ist inzwischen Sommer. Manöverrollen. Bald fliegen uns die Chats über die Köpfe. Ostflanken werden ausgebaut, es wird klare Kante gezeigt, Grenzzäune im Norden Europas aufgestellt, Raketen stationiert, Truppen, Waffen und Gerät nach ostwärts verlegt. Im Osten, in der Ukraine, in Russland, tobt der Krieg. Von Waffenstillstand ist keine Rede. Daheim schreien den deutschen Passanten in vielen Straßen, auf Plätzen an Haltestellen Bundeswehrplakate mit kernigen Slogans entgegen. Neben dem aktuellen Präsidenten überschlägt sich Altrepräsentant, Pfarrer und Buchautor Joachim Gauck mit seinen Wortmeldungen für die Truppe, gegen Kriegsmüdigkeit und zivile Trägheit. Wer das nicht mag, dem entgegnet Gauck schon mal, er möge aus seiner Komfortzone heraustreten. Gauck klingt. Aber es klingt nur so, als würde er gleich selbst zur Waffe greifen. Allein, er ist halt schon zu alt. Es stimmt schon, für all die ambitionierten militärischen Vorhaben braucht es die passende Begeisterung, viel Personal und kantige Maßnahmen. Schon ist die vor langer Zeit sinnvollerweise abgeschaffte Wehrpflicht wieder im Gespräch. Die Bundeswehrbeauftragte Dr. Eva Högl will die Musterung der jungen Bürger wieder einführen. Zur Prüfung der Tauglichkeit potenzieller Soldaten, die dann ja auch in schnellen Eingreiftruppen zum Einsatz kommen könnten. Und weil das alles noch nicht reicht, will Högl gleich noch das Sondervermögen für die Bundeswehr immer wieder auffüllen, wenn sich diese Extrakasse von 300 Milliarden Euro lehrte. Dem Oppositionsführer Merz, womöglich der Kanzlerkandidat der CDU, fällt dann doch noch eine harsche Kritik zum Thema ein. Im Bundestag beklagt der, dass die Regierung bisher ja noch nicht mal einen Euro des neuen Budgets abgerufen habe. Das ist dem Volk nicht zu vermitteln. Es ist eben auch so. All das Beschriebene, zitierte, dieses Starkmachen unseres Landes, braucht den Rückhalt im Fußvolk, der dann wächst, wenn die Politik kraftvoll handelt. Meinen Merz und Högl wirklich mit ihren Vorschlägen des Bürgers Herz und Verstand zu erreichen? Rückhalt für Soldaten bisher bei den Angehörigen. Der Präsident wünscht sich mehr. Zitat Ende. Wer fragt das Volk? Umfragen verraten anderes als Steinmeier und Co. Handeln. Wofür soll die ganze Gesellschaft der derzeitigen Bundeswehr Rückhalt geben? Diese Armee verschlingt Unsummen. Die Ausgaben werden Jahr für Jahr erhöht. Die Einnahmen der Rüstungsindustrie, der Institutionen für das Militär und der Lobbyisten steigen und steigen. Fragen, die zu besprechen wären, werden nicht gestellt. Wie halten es die Verantwortlichen für unser Gemeinwohl mit der Abrüstung, der Deeskalation, mit einem echten Frieden und Zusammenarbeit? Wie denken die Menschen über die Themen Manöver, Krieg, Aufrüstung, NATO, Bundeswehr, Wehrpflicht, Diplomatie, Entspannungspolitik? In den Familien unter Verwandten, Freunden, Kollegen scheint die sogenannte klare Kante keine Hochkonjunktur zu haben. Umfragen belegen, dass die Menschen in Deutschland friedliche Lösungen verlangen. Eine Umfrage von YouGov ergab vor kurzem, Zitat, Fast 15 Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wünscht sich eine Mehrheit der Deutschen, dass die Ukraine mit Russland über eine Friedenslösung verhandelt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov plädierten im Auftrag der Deutschen Presseagentur Schlimmer noch müsste sich für Steinmeier und seine politische Klasse anfühlen, dass viele Bürger eine große Politikverdrossenheit entwickelt haben und das Vertrauen in die Parteien unserer Bundesrepublik schwindet. So meldet die ARD-Tagesschau, dass nur noch jeder Fünfte mit der Arbeit der Regierung zufrieden ist. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Und sind ja bei uns auf! ... ... ...